Ich bin drin. Dankeschön. Ist wieder der Tag, oder was? Ja. Zeit auf, kurz zu regnen, haben wir geil. Nächstes Wochenende kann ich übrigens nicht. Ah, sehr schön. Das musst du jetzt auch nicht hier klären. Okay. Stille. Stille. Was genau, Fabi, die Leute wollen unterhalten werden. Dann muss er lassen. Oh, was ist denn? Entschuldigung. Oh, mit deinem Hallo, das riecht mich tierisch auf. Ja, ne, ich weiß nicht, es war so still und dann nimmt Fabian auch noch auf und das fand ich irgendwie voll doof, weil das keiner gefiltert hat. Okay. Ich hätte auch eins machen können, Fabian. Ja. Okay. Sind wir denn hier gelandet? Das kommt wieder meiner Folgen, das war doch. Boah, fuck, ne Hexe, ey, ohne Witz, soll ich jetzt echt kein Bock drauf. Ja, die wirft schon wieder mit irgendwas nach mir. Ah, vorbeigeworfen, dumme Witz. Oh, jetzt hat sie mich getroffen. Oh, ich hab Kloster gekriegt. Oh, ein Kloster und Stoff hab ich gekriegt. Oh, sie hat mich vergiftet, weißt du, sie trifft mich mit genau einem Trank. Und der vergiftet mich. Auf ein halbes Herz runter, geil. Ich geh erstmal wieder hoch in meine Butze. Verkämpf mich dort. Nein, Creeper, Mann, du kommst jetzt nicht an. Wie viele Hexen, aber auch einfach spawnen, unnormal. Ja, aber ich finde, wenn die die schon mit eingefügt haben, dann würden die auch wenigstens spawnen, weißt du. Ja, okay, schon, doch, doch. Die waren irgendwie über die Hex-Kausel, wie vorher. Das war ja hart sinnlos. Ja, so schmeckt wirklich gut, Leute. Merkt euch das. Wenn ihr mich beglücken wollt, schenk ich mich nicht mehr so lange. Okay. Wir haben jetzt auch erstmal genug Material, würde ich jetzt mal sagen, die machen eine längere Pause. Das ist jetzt längere Pause, aber halt. Wenn wir aufhören, dann nachher halt irgendwann, jo. Verständlich. Ich hab jetzt noch eine Folge ungerendert. Von der ist jetzt, ähm, eine veröffentlicht. Denn jetzt noch die hier, der... Weißt du? Da kommt schon was zusammen. Wenn wir jetzt jeden Tag quasi spielen, das wäre ja auch irgendwie ein bisschen sinnlos. Wenn wir Bock haben, haben wir Bock. Und wenn wir keinen Bock haben, haben wir keinen Bock. So ist es gut. Ja. Ich finde, es lutscht sich halt aus. Es was sich aus? Es lutscht? Sich aus, ja. Wenn man das halt zu oft spielt, jeden Tag. Finde ich das dann langweilig. So, ja. Man überlegt doch mal, wie krank sein. Das ist aber wirklich so. 1200, was weiß ich, wie Folgen ist. Heutzutage, es gibt, äh, Minecraft-Folgen, die da produziert hat. Indem man halt alle zwei Wochen, Kappe, das Spiel gespielt hat. Dann halt gleich mal zwei, drei, vier Stunden. Keine Ahnung. Ich hab mir das ja früh auch nochmal gegeben, irgendwann, bis Folge 200, und da hab ich mir so gedacht, nee, das bringt's einfach nicht. Weißt du? Äh. Ey, das sieht scheiße aus. Na, bist du hier wieder da? Ja, genau. Hello, again. Troll, oder? Ja, das war das gerade. Full-de-leg. Lass uns die Angeln kreuzen. Ups, ich bohren so, und neben mir, aua, erscheint ein Haus. Deine Vögel. Der ist noch nicht fertig, aber ich hab angefangen. Ja, die ist echt wunderschön. Schön, die schaffst du schon mit dir von mir auf den letzten Server. Was? Hattest du deine Frischerwitte? Hab ich nicht verpasst. Ja. Ich hab ne riesengroßes Wort, Frau Fabian, aber die sah relativ bescheiden aus. Von innen war die cool. Was hast du gebaut? Die einfach sauf. Ich hab doch auch ne Frischerwitte gebaut. Wieso beißt er bei Jasmin, was du beißt? Also, im letzten Server, in unserer Berghöhle. Wenn man da rausgegangen ist, war doch dann an dem Fluss ne Hütte. Boah. Bei mir beißt nichts und bei Jasmin, zack, ein Fisch nach Mann und dann läßt es ihn weg. Ja. Du bist mein Glücksbringer. Ich klau dein Glück. Oh, mein Glück ist mehr, was glaubst du mir. Mhm. Jasmin, hast du mal Glasscheiben für meine Fischerhütte? Wenn du willst, kannst du mir auch beim Bauen helfen, aber ich bin grad momentan ziemlich unkreativ. Ja, das ist übrigens einmal gestorben. Huch. Weil man es geleckt hat. Das war kacke. Es hat geleckt, dann ist er gestorben, aber er hat sein Zirk wieder. Er hatte aber schon wieder 20 Level oder so. Ich bin grad ziemlich angearscht. Warum? Weil ich keine Hacke mehr habe und hier nicht mehr rauskomme. Du bist so irgendwie reingekommen. Ja, aber ich hab mir gerade zugebracht. Oh, Mann, das ist behindert, ey. Ich kann nicht alles wieder zurücklatschen. Ach, baust du das zu? Verstehe ich nicht ganz. Ich würde mich grad jetzt straight nach oben stecken. Boah, ist das behindert, ey. Ich kann Hals dabei haben. Wo mir bei mir echt nichts beißt, ey. Ich hab einfach nichts gefunden, in der da bin ich nicht wieder zurück, weil ich nicht mehr so lang kann. Ich würde nicht... Kann es sein, dass Glück das mir das scheiße ist. Köder ist wie geil. Ich... Быst mir, hast du Glas oder Glas Scheiben für mich? Ja, ich muss herkommen. Da muss ich aber auch hin zu engeln. Ja, warte, ich komme gleich. Ja, okay, ich komme jetzt. Als min. hat mich in ihrer Hand. weißt du in ihrem weiblichen Charme erleben wo ich habe da aufzuschreiben es ist so deswegen brauchst du Blumentöpfe alles wird wohl vor deiner Haustür liegt Leben ach so ich dachte sie schon fertig nein Dankeschön, 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 Dankeschön dann gehst du dir formen so auf die Art ich sag dir Zellko, der hat schon welche und die sind dir formen ach Fabian, ne, das ist echt scheiße wenn das immer da steht, gell? ja da sag ich mir auch gerade aber jetzt was heißt das mit dem Feuer? mein 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 Ultimate Trolling ist nicht aufgegangen, weißt du warum? weil ich einfach zu früh Diamanten gefunden habe ach so, bist du jetzt im Nether? ne, er hat gerade im äh, Place Rod gefunden auf dem Boden einfach in der normalen Welt ach so gibt es jetzt ein Update, die zwei einfach liegen rum ach so, das ist cool wie auch so, dass er irgendwie ich weiß, dass ich hier rauskomme ich habe keine Orientierung zu diesen Fikern na, Johan diese Verdachtung in der Brot war danke jetzt darf ich wegen dir wieder schneiden, Johan ja, garantierbar wo ohne Witz, ich war gerade wirklich, wenn ich die ganze Zeit äh, bestimmte äh, minecrafter gucke hatte ich gerade wirklich das Verlangen danach, ein Elektrix-Dev in die Hand zu nehmen und nach oben auf mein Haus zu fliegen ich habe schon nach oben geguckt, ich meine, die sind erstens nicht so teuer im zweiten sind die erhalten die auch relativ äh äh, kannst halt kostenlos verzaubern man weiß, ich habe gerade so nach oben geguckt und habe meine Inventarläste rumgesucht, wo das Ding ist, weil ich das einfach die ganze Zeit gucke okay 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 okay